Hallo, herzlich willkommen. Neuer Tag, neues Glück. Schauen wir mal, wie lange wir es heute aushalten. Weil das letzte Mal habe ich ja ordentlich gefehlt. Da habe ich mich ja ordentlich blöde angestellt. Mal gucken, ob es heute besser funktioniert. Ah, hier kommen wir das letzte Mal her. Okay. Weil euch wundert, ich habe ja jetzt wieder eine kleine Weile nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber ich glaube, wir mussten hier lang. Das Ding kann man aufsammeln. Zeigt es mir aber gar nicht an. Nee, warte, 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 warte. So weise, wie ich bin, hier war ich. Hier habe ich das große Vieh gekillt. Dann haben wir hier Flammen gelöscht, wenn ich mich jetzt recht entsinne. und dann müssten wir ja eigentlich hier hoch, hier rein. Pff, ja, pff. Oh. Oder? Hä? Ich weiß es nicht mehr. Hä? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber instinktiv scheine ich irgendwie was richtig gemacht zu haben. So, hoch mit dir. Okay. Also, ich bin richtig gelaufen. Das hat doch mal was. Einfeuerung. Munitionskiste. Munition ist immer gut. Okay. Oh, falsche Taster. Noch lauten, noch lauten. Nachgeladen ist. Njong. Wir haben es überlebt. Gehen weg. Gehen weg. Gehen weg. Gehen weg. Let's go. Gehen weg. Ja, ja. Ja, ja. Schon recht. Jetzt müssen wir die Waffe doch wieder wechseln. Da ist wieder Munition. Da ist Munition. Da ist Munition. Hä? Sammelst du ein Mensch. Speichern. Wo, wer, was, wann? Ah, dort. Sind das die Schießfiecher oder sind das die Stealth-Dinger? Okay. Das sind die Schießfiecher. Oh, ist das laut. Ich hab doch extra schön den Ton leise gestellt. Na komm. Oh. Sie sind tot. Ah, mein Gott, ist das laut. Ich hab das doch schon leise gestellt, wie so. Meine Güte. Jetzt krieg ich gar nicht. Gleich einfach das Schnalze. Nachladen. Ich hab das. Ich hab das. Ah, da. Ah, ahem. Wow. Ja klar. Nein. Bleib liegen, Mensch. Ich hab keine Munition mehr. Ich bin ein Munitionsverschwenderling. Ja ja, schrei du ruhig. Aufnehmen kann ich nichts. Okay. 20 Schüsse. Damit kann man natürlich schweinigst viel machen. Nie. Verdammt. Da geht's nirgends wohin. Da geht's auch nirgends wohin. Da scheint's hoch zu gehen. Da ist der Schwarzmarkt. Der bringt uns auch gerade nie unbedingt viel. Weil wir jetzt ne gewisse Weile schon kein Geld mehr eingesammelt haben. Nein. Ich hab da eine ganz dumpfe Befürchtung. Dass wir gleich ganz viel Munition brauchen werden. Da ist der Schwarzmarkt. Hm. Oder war ich hier schon mal? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Was? Wo? Ja. Wann? Ach. Ja. Ja. Aber. Ja. Was denn? Verdammt, wir brauchen Munition. 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 Da war doch gerade jemand. Woow. Jawoll. Wir werden sterben, wir werden sterben, wir werden sterben. Na komm, spring zu weiter. Ja, den nehmen wir auch noch mit. Und da ist es bloß noch einer. Na komm, mach's dood. Knack. Oh Gott, oh Gott. So, das war's auch. So, da komm. Knack. Aber in der Animation hätten sie sich einfallen lassen können. Wo ist denn da unsere Sprache jetzt hin? Da. Hä? Wo ist der hier? Ah, hier. Na komm. Jetzt war er weg. Monition. Wo ist er? Na komm, stirb. Knack. Mach's weg, Mensch. Aber wir haben wieder etwas Monition. Ich glaube, müssen wir hier runter oder müssen wir hier rüber oder? Aber da, 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 da. Ist hier noch irgendwas? Seht ihr noch irgendwas blinkern? Das ist unfassbar. Nein. Nein. Na komm, nimm. Mach's weg. Zack. Nein, 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 nein. es tut mir leid weil es jedes mal die gleiche animation ist aber geht halt nie anderser das ist halt so vom spiel vorgegeben und wenn wir die munition ein bisschen sparen wollen müssen wir das halt so machen so und das war's für heute und es ist besser gelaufen als das letzte mal und ich hoffe ihr schaltet auch wieder das nächste mal ein bis dann tschüss